18.52 Uhr, am 31. Oktober. Der Megapark hat heute geschlossen. Tag 1 nach dem Closing vom Megapark. Tag 5 vom Closing vom Bierkönig. Und man sieht hier am Megapark ist jetzt gar nichts los. Die ein oder anderen Touristen und Einheimischen laufen hier rum. Ja, gestern Abend war ein sehr emotional im Megapark und auch in Oberbayern. Beide haben jetzt geschlossen. Und wir gehen dann jetzt mal Richtung Bierkönig und gucken uns den Auftritt von Peter Wackel an. Denn der Bierkönig hat verlängert. Hat noch Tag 5 und Tag 6. Morgen der Auftritt von Tim Toupet. Da werden wir auch sein. Ja, und dann sehen wir uns gleich im Bierkönig zu Peter Wackel. Hier haben wir das Chalet Siena auch noch gut besucht. Der eine oder andere ist zu Abend. Bisschen Musik läuft noch. Und auch das Linus ist noch offen und gut besucht. Auch dort wo zu Abend gegessen. 19.33 Uhr. Wir sind jetzt in der Schinkenstraße. Der eine oder andere Helmut steht auch noch hier. Aber nicht mehr so viel wie gestern und vorgestern und die letzten Wochen und Monate. Das Bambuleo hat auch noch auf. Ich weiß gar nicht, wann die ihr Closing haben, falls die überhaupt ein Closing haben. Das ist mir leider nicht bekannt. Ja, also Bambuleo nach außen hier. Und wir gehen jetzt in den Bierkönig zu Peter Wackel. Der neue Bereich. Der neue Bereich hat geschlossen. Der neue Bereich hat geschlossen. So, von der MINI ist 20 Minuten alles ist soweit am Schulteimtreibau uns im alten Bereich. Wie gehört? Der alte Bereich heute? Ansonsten geht los, dass wir zusammen mit Peter Wackel. Der scheißegal, wo wir an der Theke stehen, und schon, wo sind die Hände, genau, Scheiß, die See ist voll ist, die Idee ist von Schür, alles你可以 ernst, was wir was muss, 10.49 Uhr, kurze Raucherpause vor dem Bierkönig, vor dem Auftritt von Peter Wackel. 10.50 Uhr, kurze Raucher Isaiahę Salutatorpullwheelie interview, resulted in amirassung. Oliwina oh Dschuldigung, der letzte Ausbinder ist Wir heute noch zulooking Fast... brauche ich eigentlich nicht mehr waves zu sagen Aber liebe Freunde Es ist Showtime im Vanamieönch Es ist 2022. Wir schreiben das Klose dieses Jahr. Und einer, der darf natürlich auf der Bühne nicht fehlen, das ist unser Peter Wackel. Und wir begrüßen jetzt mit einem riesen Applaus, ladies and gentlemen. Grüße euch, Peter Wackel! Das ist die schönste Vorbereitung für Silvestre. Es ist Halloween. Hier war die Maske an. Zum ersten Halloween-Option des Jahres. Der allererste Halloween-Wirklönen. Lass mich mal saubern. Der nächste. Herzlich Willkommen, Wirklönen! Wirklönen! oire looking St portefe Verdammt Steigen Service Ich bin die Tüte, denn der meiner Hälfte, ja, wir sind die KM. Aber scheiß drauf, herrlich ist ein, ein Jahr. In Pierre König. Oh, leh, oh, leh. Und schna, da, da. Und wie sind wir, am 31. Oktober, sage ich zum ersten Mal, ich bin ein, weil wir einen bereich. Herzlich willkommen in Pierre König. Hey, ich bin alle in der Zeit, jetzt haben wir alle in der Zeit, wenn wir einmal zuerst fahren und hier König Heroin feiern. Das ist mein letzter Aufsehen, 52 waren das an der Stelle in diesem Jahr. Und jetzt hat es Zeit, die Sonne zu verraten. Und wie wisst du, was es geht? Es geht um alles, wo es kommt. Der Jäger heißt, der Professor, mit der Tiefel aus der Schweiz. Und er wisst hier genau, was hier heißt. Wie war das denn das ganze Jahr? So lang auf Kalle, der Land war noch neu. So lang der Helmut noch ohne Verbrechen. So lang das Bier hier ist. Schreckt oder die Geschichte. Malle ist ein Volk für mich. Schmerz! Hey, wir sind immer durch die Prozesse. Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo. Wir spielen wirklich nur i-mah. Und der war zockt. Und zählen unser Zockt. Wo-wo-wo-wo-wo. Wir sind nun ja wie Clubção. Und wenn sie nur so singt, ja wir verstehen uns nicht. So. Halt. Ich bin ein Frosch, denn das ist unter Kamerakim Kashi! Nein, mach's nicht weg! So, dann noch mal der Endes ja gar keineiona! So, ich sage natürlich! Sein und müde, wir hinken hier die anderen DJs aus! Habt einen großen Applaus, unser DJ! Ich schiebe viel! Zinge und zinge und zinge. Je, zinge und zinge und zinge! Pau, Pau, Pau! Unreschlein, es war eine wunderschöne Saison, aber wo ist für mich? Ich bin heute in der Bühne. Ich bin morgens immer müde, aber morgens werde ich so verlieben. Ich bin morgens immer müde, aber morgens werde ich so verlieben. Ich bin morgens immer müde, aber morgens werde ich so verlieben. Hör an, 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 hör an. Ich bin morgens immer müde. Musik wie ein König, Harkov, Hensi, Jase. Heu, herzlich willkommen. Ich wünsche euch heute schon was von euch. Ja, heute schon, Herr Tillich, dass wir die Harkovs, die hier sind, das kommt nicht schon vor wie ein Semester heute Abend hier. Ja, ja. Ja, das ist eine Ohre gehalten. Also, hier ist es ganz genau was von. Mit den Anfangsvögel hier in der Höhe, wir schauen noch rein auf die originalen Melorien. Ab 5, 4, 5, 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 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10. Ah, ihr checkt mich schon, was ist bloß passiert? Scheiße, ich ruhe, aber mein Mann hat das Wort, was ist das Wort? Kommt von Leiter, ihr seid ihr groß, zwei Schicksal, schon wieder bei der Sonne, zwei Schicksal, kommt Wohntag, wie Mann, ich krieg die Liga, und eben bei der Kleider, wir sind die Lüge, wir sind die Lüge, wir sind die Lüge, und ich krieg an den Boden, war ich in der Nacht, von Freitag auf Wohntag, war ich dein Teil, Teil gebracht. Ihr kennt das, das ist ja dieser 10-Ga-Dihr-Wald-Bereich, da nennen wir das, das ist ja auch geil! Aber mit einem Unterschied, ich hab für die Teaser nur rausgeworfen, wenn die Ängel so oben oben auf dem Tisch stand, dann kann mich ganz viel auch daran erinnern. die eine Sache ist auf Wohntag. Also, ein Lied für die über 30-Jährigen heute, und den über 30-Jährigen! Bei den 77er Jahren darf ich noch sagen. Ich verkaufe meine Körper, ganz, ganz, bin ich, ganz, ganz, bin ich. Und ich verkaufe meine Körper, ganz, ganz, bin ich, ganz, ganz, bin ich. Ich bin immer teuer, ganz, bin ich, ganz, bin ich, ganz, bin ich. Vielleicht, sei, ich bin immer anders, ganz, bin ich, ganz, bin ich. Und ich schenk hier, ich bin heute nach, und die Hände, 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 Hände! Ich verkaufe meine Körper! Ich esc Вост ihr 머리! Und ich verkaufe meine Körper, nur Sie haben welche, dann kann sich auch melhores. ganz, bin ich, ganz, bin ich, ganz, bin ich. Ich band raus была Mörda Janz Janz zu willst Janz Janzluf Janz 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 Wir haben einen Song für die echten Heavy-Wandler, Freunde. Große die Heavy-Wandler! Aus Wackeln! Große die Weimbe, Freunde! Und dieses Video ist nur für Helmertum. Da-da-da, 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 es fängt nur Bier. Glückwunsch! Aber ganz ehrlich, ich bin Ihnen ja so gerne jedes Charbon, weil auch die Schlagern, wenn es die Ferne steht, da vorne liegt nicht hoch. Aber wo sind denn die Fußballer heute an mit dir? Die Handballer! Fischi vorne! Fischi vorne! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Man sieht es, das macht sich. EVB! Runes und Erwöhöns! Jajajajajjoh! EVB! Runes und Erwöhöns! Meine Show ist jetzt einfach unter Rubik's Zeit und Frage, warum sind die Themen des Bulls-Sportes? Vielleicht haben wir doch keine Rückmeldung von Euro oder das wissen ja meine, aber ganz ehrlich, warum sind wir seit über 40 Jahren auf Mallorca, hat einfach geiler Grätscher Schlager hier auf der Insel. Wo sind die Schlager, Freunde? Wir können jetzt sagen, Dankeschön! Für sich gar nicht gefasst! Es ist nicht nur eigentlich, hier ist die Schwarze, die Schwarze, die Schwarze Tasche! Nein, nein, nein! Wir können jetzt sagen, Dankeschön! Wir können jetzt sagen, Dankeschön! Wir können jetzt sagen, Dankeschön! Sonnen und Schein, Dankeschön! Und wir spielen die Aderbeik an! Becker! Dir gehört mein Herz die ganze Nacht! Schwarze Natascha, nur du allein! Ich, oder so einer, wir waren, die über 23-Jährigen... 121, wo sind die jungen Dinger runtergegangen, das macht es nicht. Das Lied ist ein bisschen, man. Neu, 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 neu. Neu, 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 ne Wir sind Stadt, die Kalben frei und wir, ja, das wollen wir.